Moin Leute, wir sind hier gerade unterwegs bei Alla in Pferden und ja, es ist schon ziemlich überschwemmt hier, also durch das Hochwasser in Deutschland ist es schon ziemlich krass, aber auch nicht gut. Ja, das ist, also eigentlich sollte hier alles grüne Wiese sein. Ja, wir switchen nochmal schnell rüber zur Weser. Angekommen an der Weser, hier ist alles auch überschwemmt, also hier sollte auch eigentlich alles komplett grün und Wiese sein und hier stehen sogar Häuser mitten dazwischen. Zum Glück auf dem Deich, ja, da bin ich, mein Stiefel. Ich habe nämlich Gummistiefel an, weil das ist schon, vielleicht gehe ich nochmal rein, keine Ahnung, deswegen, genau, das ist echt alles krass. Ja, und jetzt kommen noch ein paar Fotos, die ich zwischendurch so gemacht habe davon. Ja, und jetzt kommen noch ein paar Fotos, die ich zwischendurch so gemacht habe. Und by the way, ja, ich habe das zum ersten Mal hinterher aufgenommen, die Tonaufnahme von meiner Stimme. Jo, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!